Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen, leist zu spielen, nicht vergessen. Hält die schöne Weihnachtszeit, manch Geschenke sie bereit. Aber wenn sie immer schreien, sich nur schlagen und bespeien. Wenn sich die Gäste beißen, Hemd und Hose sich zerreißen. Dann sind sie nicht gut genug für die schöne Kinderbuch. Dann sind sie nicht gut genug für die schöne Kinderbuch.